Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, dass wenn x0 eine Wendestelle von f ist, dass dann daraus folgen muss, dass f2' von x0 gleich 0 ist. Außerdem solltest du bereits wissen, dass Wendestellen Extremstellen der ersten Ableitung sind und du solltest bereits die hinreichende Bedingung für Extremstellen über die zweite Ableitung kennen. Das Ziel für dieses Video ist, dass wir gemeinsam eine hinreichende Bedingung für Wendestellen über die dritte Ableitung erarbeiten. Schauen wir uns dafür gleich das nächste Fenster auf dem Arbeitsplatz an und es folgt gleich der erste Arbeitsauftrag. Lies dir den Text gut durch und schau dir die Grafiken genau an. Warum garantiert die Bedingung über die dritte Ableitung hier diesen Vorzeichenwechsel? Nehm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video und wir sprechen dann noch ein bisschen darüber. Um jetzt so eine hinreichende Bedingung für Wendestellen formulieren zu können, ist es hilfreich, sich noch einmal kurz vor Augen zu halten, dass ja die Wendestellen genau die Extremstellen der ersten Ableitung sind. Das bedeutet, um jetzt die Wendestellen von f zu finden, können wir versuchen, stattdessen die Extremstellen von f' zu finden. Und für Extremstellen haben wir schon so ähnliche Bedingungen formuliert, die wir hier jetzt verwenden können. Was hier jetzt auch noch wichtig ist, dass wir uns kurz vor Augen halten, dass ja f2' genau die erste Ableitung von f' ist und f3' damit die zweite Ableitung von f' ist. Und wenn jetzt gilt, dass f2' von x1 0 ist und f3' von x1 größer 0, dann bedeutet das, dass die Steigung der Tangente an den Graphen von f2 an der Stelle x1 positiv sein muss, was uns diesen Vorzeichenwechsel hier garantiert. Und damit wissen wir, x1 ist sicher eine Extremstelle, beziehungsweise in dem Fall ganz klar ein lokales Minimum von f' und damit sicher eine Wendestelle von f. Ganz analog können wir auch hier vorgehen und wir erkennen, ganz salopp gesagt, um eine hinreichende Bedingung für Wendestellen so formulieren zu können, müssen wir nur bei der hinreichenden Bedingung für Extremstellen überall ein Strich dazu malen, weil wir statt der Extremstellen von f nun einfach die Extremstellen von f' finden müssen.